du bewegst dich aber erstmal nochmal aber ja mein ping ist halt rot wahrscheinlich kriegt gleich ein disconnect schauen wir mal ne das ist die neue waffe ja gut dass ich wahrscheinlich gleich im disconnect verliert das ist die neue svt ja aber die hat ein ergo von einem stein gehen wir erstmal container container lager ja container camper okay habe ich noch nie gehört dass das container nennt also ja hey sogar was geht irgendwie ist zwischendurch gelb und dann wieder ganz weg also ein bisschen schwankend aber es sieht erst mal okay aus scheint auch nicht raus zu fliegen ich glaube da kommt ein spieler links hinter diesen kleinen felsen zwei stück ja verstanden verstanden ja die gehen richtung medic sind von links nach rechts hinterm betonring war einer eben glaube ich ok ja sind drei ok ok das ist die wache scheiße der ganzen steps ich glaube das ist so eine strengung der eine ist rechts von mir habe ich da ist rechts von mir ich habe mich gedeckt ok ein habe ich ich gehe ich muss steht auf dem turm ok das ist ein spieler bei mir hier mit dem cms in der hand das war wirklich spieler hey aber da war noch nicht was passiert hier ich habe das getötet 100 pro ich habe das getötet also 100 pro ich habe das getötet 100 pro ich habe das getötet 100 pro are you verwirrt? ich habe das komplett das war komplett I'm totally verwirrt Noch ein Scare irgendwo außen? Ja, ich seh ihn am Zubberhut I am healing Abhin Hier ist noch wer drinnen neben mir Wo? Au, au, au Ist nicht mehr Hast du ihn? Ich hoffe, ich hoffe, ja Was passiert hier? Holy shit Aber war das jetzt so eine Scaff Gang erst? Und die Spieler kamen, glaube ich, von der anderen Seite, oder? Kein Plan, Alter Weil da hinten, da hinten sind eigentlich keine Scaffs Die sind ja von der Straße gekommen Doch, da sind manchmal Scaffs am Panzer, so Ja, aber keine Ahnung, kann schon sehen Wie ist die SVT so? Hat halt gar kein Ergo-Gefühl Die geht halt nie ins Go, guck mal Aber Ja, das dauert, ne Macht halt gut Bombs, ne? Boom Ja, hip-Feier halt ziemliches Monster, Alter Weil die halt auch so hintereinander gegangen sind, weißt du Ich hatte hier einen und du hast, glaub ich, zwei, ne? Ja, ich hab den einen hier am Lager und den anderen außerhalb gemacht, ja Die, 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 die Nur wie ist das mit dem Fingen gegessen Alles gut Aber hatte schon so ein bisschen So, wie soll ich sagen So Patrouillen-Vibes, ne? Dass die sich dann auch aufgeteilt haben, so Geil Das war, das war cool Tretich gelöscht, die Brudis, ne? Ja, so gelöscht, die Brudis Ich war halt schon verwirrt, so ich denke, hä? CMS, das ist doch kein Scaffs, so Dann stand er da schon mit dem Ding in der Hand Inflaganati Ich hab da dem gut weh getan, da oben, ey Der Sack Brauchst du noch Zigaretten? Ja Ich denke schon Der hat hier aber auch schon gut gelootet, der Mann, ey Komm, jetzt geht mal Iskra, Alter Ähm Ähm Bösche Bist du Bösche? War ich grad kurz einmal, ja Ich hab kurz meinen Rucksack gewirrt Äh, hier in den Pockets sind noch Malboros Bei dem Typen hier unten Ah, Malboros sind glaub ich die, die ich schon fertig hab Okay Ähm, Strikes und Dings Ich hab superviele Zigaretten gefunden Buche Also hier ist auch so, ne Meine Tasche ist voll, ich kann nach Hause gehen Ja, ehrlich gesagt, ich meine auch Ist so krass, ne Ein halbes Camp genug, ja Ey, ich hab ja gar keinen Schaden bekommen, ne Das heißt Ich darf mich ja nicht hier Wie sieht das aus mit Multi-Use-Painkiller bei dir? Rech? Ja, hast du genug Multi-Use-Painkiller? So hier so Vaseline, Golden Stars, Source So, jajajajaja Aber ich darf ja, das darf ich ja jetzt auch nicht nehmen Ach ja Wie viele Scaps hast du denn jetzt schon? Äh, eine Scheiße, da hab ich gar nicht drüber nachgelacht Ja, das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm Ich hab halt keinen Schaden bekommen Ich hab nix geused bisher Ich hätt's noch safe wieder vergessen Lass doch vielleicht rechts rum Richtung Karre Nö, lass uns doch einfach Outskirts, Alter Oder was? Ich hab Geld für Karre Für beide Ja, ich hab auch Geld, aber ist Outskirts nicht klüger Beim Scapshaus seines Gäps noch zählt und raus? Oder hast du Angst vorm Lager, oder warum? Ein bisschen Na komm, na komm Komm, geh wir am Stratt spazieren einfach Nicht irgendeine Ich hab ne 40er, Digga Ne 40er ist Gott Ja, das musst du mir auch sagen Ja Dann gehen wir auf jeden Fall Outskirts Eben Da hab ich ja gar keine Bedenken Excuse me Ja, eben Da geh ich sogar am Pier Looten, Digga Excuse me Ich hab gehört, die ist besser als die 39er Ja, die ist auch besser als ein 31er Aber da kennt ihr euch besser aus Ich müsste mal kurz nen Violett Check machen, ne? Jetzt kommen die Eier wieder Ja, nicht die Eier Die greedy ist wo? Wieso wirst du denn davon? Hier ist nicht meine Kiste Ich wollte gucken Achso Achso, gehst du Aber die spawnen nicht immer Ja, irgendwie find ich das cool Also das find ich jetzt schon wieder irgendwie so lässig Mit den Kisten find ich's übelst cool Unter diesem einen Container, wo diese Leichen drin sind Da hinten im Camp Aber auch grade so ne Duffelback einfach random Die war leider sonst halt auch nur Ja, find ich ganz geil Das Wasser sieht irgendwie schön aus Ich verstehe nicht, mit welcher Witt Ja, es ist er, ne? Ja, weiß ich nicht Hab ich das an? Ich glaube ja, im Default, ne? Weiß ich nicht Da schießt irgendwie Ist das Sturmann? Hm, doch Okay, ja, dann lass den mal, ne? Hier nen USB-Stick vielleicht nicht, aber nen EFAC Oh nice EFAC Da wollen wir hier ne Hüttel noch looten Hier Skeps finden ne Hüttel looten Mhm, mhm Hüttel ist halt mal gute Munition, hab ich schon 903 und so wieder gefunden Mhm Hüttel einfach Main Loot Aber warum kein Skepp hier? Wie soll das? Ja, ich geh mal ein bisschen in den Wald rein Ja, ich geh mal ein bisschen in den Wald rein Wobei die Skeps hier zu fighten auch nicht so viel Bock macht Das ist richtig, aber Hier ist schon was tot Hier ist schon was tot Ja gut, hier ist auch geludelt So ist nicht, hm Da hoffen wir mal Bunker in den Ja gut, dann lass mal rausgucken, oder? Ja Gehen wir mal weiter, Röner Geh weiter Geh weiter Hast du ein Problem? Äh, Skeps bitte läuft was Richtung Outskirts Ja, da sind zwei Skeps Ja Ja, kriegen sie um Scheiße Also wickelt der mich an, ist ja so Ja sowas, ne Nice, nice Noch ein, noch ein Ja, nice Habe ich Hä? Tough Guy? Ist das Tough Guy? Weiß ich nicht Ich habe irgendwas abgeschlossen, kann ja nur das sein, oder? Ja guck doch mal weiter Wait a minute Kannst Tab drücken sonst Achso, ja ja, hab ich, hab ich, hab ich Ja, hab ich, hab ich Hab ich Hab ich, hab ich Ja, und dann siehst du die Quests da in so einer Liste Ja Ja Und dann kannst du gucken welche du gerade fertig gemacht hast Und was die ist Okay, hab ich, hab ich Ja Ja Hä, aber dann muss ich ja eins von dieser Skep Gang da schon auch irgendwie geholt haben auf Distance Ja okay, geil Distance ist übrigens Englisch für sehr weit weg Ah 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 Okay Das wusste ich nicht, danke für die Erklärung Kein Problem Und ich dachte du bist nur italienisch Profi, aber Ne Äh Äh No hablo Bibliotheca Si Tuff Guy Tuff Guy Unvergattendes Cerveza por favor Dos Dos grande Cerveza por favor Ok Gracias Ja, einfach viel zu easy die Quest, ne? Sogar mit zwei Playern. Ja, richtig easy, Alter. Richtig easy. So macht man Tavgai ohne Schaden zu bekommen. Ehre rein.